Viel Spaß euch. Kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Weißt du nicht. Du weißt nicht, wann du nach Hause kommst. Ah, okay. Okay. Trink hier ja und trink hier nicht mehr so viel, ja? Okay. Meine Christian ist, meine Christian ist betrunken. Ich nicht. Wir müssen was essen. Bis dann, Süße. Ciao.